Moin, Servus. Moin, Servus. Moin, Servus. Moin. Wir sind on Air. Spaß. Wir sind ja nicht im Radio. Es ist wieder Zeit für Olympia des Autismos Herbst. Erklär doch mal die heutige Challenge. Mach es doch mal. Jetzt am besten. Ich fange jetzt an. Beruhig dich. Er fängt jetzt an. Beruhig dich. Okay. So. Also. Heute machen wir was ganz Besonderes. Und zwar backen wir uns. Wir können nicht backen. Ich will jetzt hinreimen. Deshalb gehen wir ins Karten. Genau. Die heutige Challenge ist. Einer von uns wird immer diese wunderbaren Kopfhörer auf den Kopf machen. Weil die sind absolut schallisoliert. Man hört, ich höre dich nicht. Hast du was gesagt? Ich höre dich nämlich nicht. Dazu machen wir natürlich auch Musik an, damit man nichts nicht hört. Wenn wir nichts hören, haben wir diese wunderbaren Begriffe vorbereitet. Und dann können wir von dem anderen Lippen lesen. Und wer mehr Begriffe errät innerhalb von einer bestimmten Zeit, der hat das Bächel des Autismus mal wieder gewonnen. Und heute werde ich gewinnen. Johoho. Majo. Der Championstar. Der Championstar. Der fängt an. Xinjiang schon. Bis drei. Ja. Okay, komm. Xinjiang schon. Gott. Ich habe mich da nicht getraut, einfach mal zu weinen. Okay. Ich darf auch suchen, wer anfängt. Okay, Leute. Ich habe es wieder ausgemacht. Hallo. Ich bin schon in der Aufnahme. Hallo. Als Bestrafung haben wir heute heute was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar hat meine liebe kleine Schwester heute Geburtstag. Ja. Und da sie auch ganz viele Freunde da hat, lassen wir uns gleich, äh wir nicht, sondern der Fall lieben, schminken. Okay. Dann hast du jetzt alle Zeit von, keine Ahnung, machen wir zwei Minuten. Da 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 da. Dann haben wir zwei Minuten-Timer. Okay. Sag, wenn es losgeht. Okay. Japan. Jagdwurst. Japan. Japan. Pan. Ja. Japan. Japan. See. Pferdchen. See. Pferdchen. Perle. Pferdchen. Pferd. See war richtig. See. Pferdchen. Pferdchen. Ja. Ja. Angel. Angela. Angel. Angela. Angela Merkel. Merkel. Angela Merkel. Corn. Flakes. Horn. Corn. Horn. Corn. Corn. Cornflakes Cornflakes Perücke 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 Verrückte P Perücke Perücke Perle Brücke. Perücke. Perücke. Ja. Schnitzeljagd. Schlittenfahrt. Schnitzeljagd. Schlittenjagd. Schnitzeljagd. 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 Bohnen. Stange. Bohren. Bohnen. Stange. Mohnen. Das war kack. Damit ist die Zeit um. Es war Bohnenstange. Gleich der Bohren. Genau. Der Gute hat eins, zwei, drei, vier, fünf Sterne in der Dschungelprüfung geholt. Das ist Essen. Den zweiten Haar. Ihr frisst Arten. Der Nase kann nicht essen. Okay. Okay, ich bin soweit. Ich bin soweit. Bist du wellig? Bin ich wellig? Bin ich wellig? Bist du wellig? Drei, zwei, eins. Nagetier. Zahn. Nagel. Haar. Na. Na. Geh. Nare. Na-ge. Na-ge. Na-ke. Na-ge-dai. Nagetier Nase Nagel Nagel Nagetier Nagetier Realität Reanimation Rea Lität Realität Reagieren Realität Rea Lität Hä? Rea Rea Li Tät Reagieren Realität 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 Rea Lität Realität Realität Krankenhaus 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 Riesenrad Arzt Riesenrad Tierarzt Riesenrad 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 Lingard Riesenrad 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 Standort Riesenrad Direktat Riesenrad Direktat R Rie Der Sportwagen Macht Brumm 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 Riesenrad Ries Riesenrad 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 Hauptstadt Hauptstadt Schnipsel 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 Ja Oh oh Äh So würde ich sagen, it's time for Africa und ich bin der Sieger. Der Sieger. Wie gehen sie denn mit der Niederlage um? Ich meine, das ist ja das erste Mal, dass ihnen das passiert ist. Sonst haben sie ja immer Gold geholt. Jetzt, wie fühlt es sich so an mit, äh, nichts. Es ist immer noch Silber. Aber es ist nicht alles Silber, was glänzt. Und am Ende stellt man sich immer die Frage, wobei es gelegen hat. Ich habe jetzt immer die Frage, wobei es gelegen hat. Ich hatte die falschen Songs. Kommen wir zu der, zu der Bestrafung. Und ich werde gleich bestrafen. Wir sind jetzt angekommen in der Hölle. Jetzt geht's los. Lick los, Mädels. Ups. Ja, immer schön mit Zahnbürste. Vergesst die Lippen nicht, immer die Lippen betonen. Wimperntusche, genau. Ah, das hat jemand verstanden. Also ich finde auch, er hat sich gut geschlagen. Ja, war auf jeden Fall ein schönes Farbfestival, würde ich sagen. Hat was. Ich mache jetzt James Charles Konkurrenz. Du warst zwar irgendwie hier bis unten irgendwie so, dass du es fast am Pulli hast, aber... Jedenfalls ist es eigentlich weniger geschminkt als Farbexplosion, aber es sieht wunderschön aus. Von daher, bye bye. Bye 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 bye. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Doch, ich weiß nicht, weil wir sind beide einfach zu spät. Ich bin mal dann einfach zu spät, ja. Das kannst du hast schon gesagt, meine ich. Ciao, ciao. Schön mit dir. Bye bye. Der Boy is back. Ich bin's, der Model Boy. Raus aus dem Knast. Ah, das ist der Boy. Ah, nee, das ist der Model Boy. Oh, nee, das ist der Model Boy.